So, ich bin hier. Abimathe Bayern 2020. Thema ist eine Integralfunktion. Im Abi 2022 kommt die speziell zwar nicht vor, aber die Aufgabe geht trotzdem. Kann man als Transferaufgabe, kann man das schön machen. Also lohnt sich. Machen. Gut. Ich fange damit an. J von 4,5. Also J von 4,5 ist das Integral von 2 bis 4,5 über dieses F. F von T, D, T. Und das heißt also von 2 bis 4,5, das Integral. Das ist in dem Fall alles über die x-Achse, Wert der Fläche. Abschätzen am Graphen. Das Gemeine ist, das hat die Fläche 1. Und das Kleine hat die Fläche 0,25. Dann zähle ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist ungefähr ein Sechstes. Also da habe ich jetzt, ist ungefähr 6 mal 0,25. Also ungefähr 1,5. Das ist das, was wir hier haben. Und das Nächste ist ein bisschen interessanter, ein bisschen gemeiner. Und zwar habe ich jetzt hier, ich integriere, also ich will J von 1. Und da habe ich jetzt hier, also Integral von 2 nach 1. Und das ist nämlich die falsche Richtung. So, ich schreibe es mal da hin. Integral von 2 nach 1, J von 1, F von T, D, T. Gut. Und die Fläche, wenn ich zähle, 1, 2, 3, ungefähr 4. Also die Fläche ist ja dann 4 Viertel, ist 1. Aber immer, wenn ich in die falsche Richtung integriere, es wäre eigentlich über die x-Achse eigentlich plus 1, aber durch das falsche Richtung wird es ein minus 1. Weil ich ja statt oberer minus unterer Grenze, untere minus obere Grenze mache. Da tausche ich da bei der Differenz mit der Minument und Subtrahent. Und als nächstes skizzieren Sie den Graphen. Ja, das machen wir jetzt. Das ist hier auch. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Los geht's. Wenn es heißt, skizziere den Graphen, ich habe hier die Stammfunktion. Dann ist das, was gegeben ist, ist die Ableitung. Also jetzt blau ist die Ableitung. Die Ableitung ist an der Stelle 0. Also da ist die Steigung m gleich 0. Und hier ist es negativ und hier ist es positiv. Jetzt schaue ich mir mal, lila mache ich mal die Stammfunktion. Also negativ heißt, es fällt, bei 0 ist es flach und positiv steigt. Also könnten wir jetzt im ersten Schritt mal irgendwie sowas machen, aber es ist in dem Fall ein bisschen komplizierter. Ich habe nämlich hier weiß ich jetzt, nein blau, also das weiß ich. Ich weiß hier ist, also f' ja, die Steigung, f' oder dings, ist es hier 0,5. Also wenn die Funktion hier 0,5 hat, dann ist es die Steigung der Stammfunktion. Und die Steigung der Stammfunktion ist also nicht beliebig, sondern 0,5. Das heißt, in dem Bereich muss es so steigen, immer so, 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 so. Immer 1 durch 2. Also hier, eigentlich ab hier. Ab hier weiß ich, schaut es so aus. Da ist die, die Funktion ist flach und die Stammfunktion ist dann eine Gerade. In dem Bereich, da geht es gegen Minusunendlich. Das heißt, also da geht es ganz steil berab. Dann kommt hier mein Minimum. Dann habe ich an der Stelle die Steigung, also hier ist f von 0,5, nee, f von 1,5 ist ungefähr über 1, 1,2. Also da ist es ein bisschen steiler. Also hier wird es dann steiler und dann wieder flacher. Also steiler, flacher und dann trifft es auf den, auf dieses 0,5. So. Und ich kann ja Stammfunktionen immer rauf und runter schieben. Kann ich die hier ausschneiden? Das wäre natürlich cool. Das habe ich jetzt noch nie so probiert. Ausschneiden, schieben. Oh, ist das schön. Also Stammfunktionen kann ich prinzipiell rauf und runter schieben, weil, ja, weiß ich jetzt nicht. Und die schiebe ich jetzt so hin, dass sie bei 2 eine Nullstelle hat. Hier. Und das ist jetzt ein Punkt, den muss man nicht wissen, wenn man 2022 Abitur macht. Also da hat man den nicht geübt, dann ist es ein Transfer. Aber logischerweise Integral von 2 nach 2. So, warten. Integral von 2 nach 2 ist 0. Und deswegen muss diese spezielle, diese spezielle J kann ich nicht beliebig rauf und runter schieben. Das hat hier eine Nullstelle. Und wenn man nicht 2022 macht, dann hat man das geübt und dann weiß man das. Und sonst ist eben Transfer. Und so läuft es. Und da wird es in diealo� somewhere falsch. Und dann damit das geübt. Und dann ist es eigentlich nichts. Und jetzt kommt das geübt.